Zesi, erstmals gut Meister geworden und heute offiziell ist bekannt worden, dass du EIBA verlassen wirst, Ende Saison. Du wechselst in die Bundesliga zu Wolfsburg. Es gibt sehr viel gelaufen für dich und sind auch eine sehr emotionale Tag gewesen, die letzten. Ja, sehr. Ich glaube, der Sonntag war unglaublich mit dem Meistertitel, den wir endlich vor den Fans feiern konnten. Es sind, glaube ich, unbeschreibliche Emotionen, die mit einem durchgehen. Die letzten zwei Tage waren auch noch sehr intensiv. Ich habe wenig geschlafen. Ich konnte mit meiner Familie in Wolfsburg zwei emotionalen Tage haben. Alles zusammen mit dem Meistertitel und der Unterschrift ist unglaublich. Du bist vor vier Jahren als 21-Jähriger zu EIBA gekommen, von via Xamax und GC. Und ich glaube, es war schon ein Kindheitstraum, welches dann zumal für die Erfüllung gegangen ist, mit dem Transfer zu EIBA. Ja, ich glaube, als Berner, wenn man da ist aufgewachsen im Kanton Bern, dann ist es, ja, ich glaube, ein Kindheitstraum, welcher er viel geht, wenn man da für EIBA spielen kann. Und ja, es sind unglaubliche vier Jahre gewesen. Ich glaube, ich bin in einem Moment in meiner Karriere gewesen, vor vier Jahren, wo nicht viel an mir geglaubt haben. Und EIBA ist einer von wenigen gewesen, die wirklich an mir geglaubt haben, die mir die Chance gegeben haben, um hier zu spielen zu können. Und ja, es waren emotionale vier Jahre, es waren harte vier Jahre. Aber ich glaube, schlussendlich sind es vier Jahre gewesen, wo ich viel lernen konnte und viele Titel an feiern, viele Siege an feiern und unglaubliche Erfahrungen sammeln konnte. Und das ist, glaube ich, etwas, was ich für immer wieder zurückschauen werde. Und es ist ein sehr schönes Gefühl, wenn ich an das zurückdenke. Aber ja, du hast es gesagt gehabt, also nach vier Jahren gehst du mit drei Meistertiteln und mindestens einen Köp-Sieg. Also es ist eine unglaubliche Geschichte, die du hier mit schreiben können mit EIBA. Ja, ich glaube es auch. Und wenn ich von da weggehe, wo die dann sagen, dass es drei Meistertiteln sind und zwei Köp-Siege, ich glaube, das ist noch ein grosses Ziel, das ich mit EIBA habe, dass wir diesen Köp-Sieg zurück auf Bern holen. Und ja, für das werde ich alles dafür machen in den nächsten Wochen, dass wir das so holen können. Und wenn man schaut, du hast auch eine riesige Entwicklung gemacht, in diesen vier Jahren. Du bist wirklich zu einem enorm wichtigen Spieler geworden, in das Riesenstützen gewesen, in dem Meisterteam dieses Jahr. Ein Leader, du bist der Spieler mit den meisten Einsatzminuten in dieser Saison. Ja, eine riesige Geschichte für dich persönlich, den Weg, den du hast du nehmen können. Du bist die Nationalmannschaft aufgeboten worden. Ja, man kann sagen, du bist nachher für den nächsten Schritt. Ja, eben, wie ich gesagt habe, es hat, glaube ich, nicht viele Leute Geld auf mich gesetzt vor vier Jahren. Und ja, wirklich eben das Vertrauen bekommen vom Verein, dass ich mich da entwickeln konnte, dass ich eine gewisse Rolle einnehmen konnte. Und ich glaube, ich habe das so gut wie es geht versucht, wirklich auch zurückzuzahlen mit der Leistung auf dem Platz, mit der Einstellung, mit der Mentalität, die ich habe, wo ich wirklich jeden Tag für diesen Verein kämpft habe und gelitten habe. Und ja, es ist wirklich sehr schön, jetzt an diesem Punkt zu sein, wo ich wirklich kann sagen, ich bin bereit für den nächsten Schritt und habe die Chance bekommen. Und eben, es sind mir auch keine Steine weggelegt worden. Von dem her ist es noch einmal, hat eben das Gesicht gezeigt, das es die letzten vier Jahre gezeigt hat, dass wir wirklich alles gönnen, alles auch irgendwie, ja, eben, wie ich gesagt habe, wir gönnen. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr schönes Gefühl. Das hat man nicht überall, ja. Und jetzt ist es noch ein bisschen zu früh, um dich zu verabschieden. Die Saison läuft noch und die könnte ja noch besser werden sogar. Und ja, trotzdem kann man sicher jetzt schon sagen, also, wenn man dir diesen Transfer mal gönnen, dann werde ich sicher sehr viele IBA-Fans fest vermissen. Aber ja, vielleicht sieht man die irgendwann schon wieder gleich nochmal zurück hier im Wankdorf. Ja, ich glaube, dass eben, als ich vor vier Jahren kam, haben vielleicht viele gedacht, ja, was macht er jetzt da? Aber jetzt über die vier Jahre her gesehen, habe ich so viel Liebe verspürt, von den Fans von der ganzen Stadt. Das ist wirklich ein unglaubliches, ganz, ganz grosses Merci an die Fans, an die Stadt, an die Vereine noch einmal, die mich über die vier Jahre her unterstützt, immer mich vorwärts gepusht hat und wirklich auch die Kraft gegeben, vor allem in den Heimspielen, aber auch in den Auswärtsspielen. Immer sind sie da gewesen, in den schwierigen Momenten. Und ich glaube, das ist einzigartiger Schweiz, der Support, den wir haben von der ganzen Stadt, von den Fans, von den Leuten, die wirklich stolz sind auf diesen Verein. Und das hat man eben, wie gesagt, nicht auf vielen Orten. Und ja, wenn ich natürlich irgendwann zurückkommen könnte, wäre das unglaublich, als Berner noch einmal für IBA zu spielen. Das wäre sicher etwas Grosses, ja. Also geniessen wir jetzt zuerst mal den Rest dieser Saison und ja, gleich schon mal jetzt. Merci vielmals für deinen Einsatz in diesen letzten Jahren und hoffen wir, dass in deinem letzten Spiel für IBA dann noch einen weiteren Titel dazukommt. Merci. So viel, merci vielmals. Danke.